Hallo, wie komme ich hier wieder raus? Wie zum Henker komme ich hier wieder raus? Gar nicht. Ne, ich komme da echt nicht mehr raus. Ja, das war schon heftig. Hey, ich steh mir nicht im Weg rum. So, wie muss ich jetzt da rein? Jetzt suchen wir nochmal in der Toilette nach einem Weg. Hey, Max. What are you doing in here? If I get sick now, I can drink more later. No, seriously, I'm out of here. Oh, and everything isn't so fuzzy. The tide is turning. I'd like to tear every one of these things down. Aha. Oh, gross. How did this even get here? Ja, was machen wir jetzt? Was muss ich machen? Verstehst du nicht? Max ist der Deminezi. Ne, ganz ehrlich, ich komme gerade nicht. Moment. Ich brauche, ich muss einen Weg finden, da rein zu kommen. Also, ihr lest es am besten wieder selber alles. Wenn ihr kurz Pause drückt, ist ja klar. Bla, bla, bla. Ich kann nicht lesen, deswegen lassen wir das. Hier muss doch irgendwie so ein Ding hängen, was ich jetzt zu tun habe. Das habe ich. Das konnte ich leider nicht machen, aus Gründen, die ich nicht verstehe. Der Mond durch ein Fenster. Wir machen jetzt mal. Hmm. Yes, you do suck. Why isn't Courtney guarding the list for the VIP section? So, I really don't know what I'm going to do. I don't know what I'm going to do. I'm surprised to see you here. Hmm. Alyssa, I have to find Nathan. Have you seen him? I really don't know, but surely in the VIP section. Like it's a New York club. Thanks Alyssa. Watch out for yourself. Why? When I have Max Caulfield at my side. Good luck. I really don't know what I'm going to do. Ah, there she is. Hey Courtney, how are you? Max, our guests are arriving fashionably late. Say bonsoir to the end of the world. Even though you flaked on my party makeover, you still get special access to the Vortex Club VIP lounge. You better let your minion know since she won't let me pass. Oh, that little asshole just made her last mistake. She thinks she's Victoria. Bye bye. Now, let's go make an official VIP entrance, Max Factor. Get it? Hey Sarah, do you know that I personally put Max's name on the list? So you like decide to block her from coming in while I'm taking a break? You're not in charge here. Wait, I just... Oh my god, you're done. And you're off the list permanently. Welcome to the Vortex Club. Yeah. Haha. Nathan is the Vortex Club. So his ass has to be here tonight. Der wird hier nicht sein, das weiß ich jetzt schon. Max, look at you go, girl. Taylor, have you seen Nathan yet? No, that's fine by me. He's been getting like too buggy and kind of scary. Victoria might know. Hm. Hm. How has Nathan been scary? I've always thought he was a creeper. Fun, but you can tell he doesn't give a shit about anybody. Is this why you want to be in the Vortex Club? No, Max. I'm like far from home at a great school. I want to learn things, make friends and party. But when Kate was on the roof, I knew I had gone too far. Hmm. Kate was dosed at the last Vortex Club party by Nathan. So, you should avoid any drink here tonight. But trust me, I won't even drink my own water when Nathan is around now. He's a pharmacy simulator. I do have to go now. Look out for yourself, Taylor. And give my best to your mom. Oh. Thanks, Max. She's doing great after her surgery. I'm glad to know you're looking out for us, too. Hm. Chips and crackers. Spare no expense, Vortex Club. Oh, wow. So the Vortex VIPs get real alcohol at their underage bar. Again. I know Victoria is next on Nathan's hit list. Should I warn her? Logan, can I talk to you for a second? Max, alright. I'll talk after you shake that food. Oh, no. Have you seen Nathan? I can't even get Victoria or Taylor to twerk. And you wanna hang with Nathan? Why? Heh. Business. You should talk to his dad then. Bro has got more money than guys. And he spends it on the Vortex Club, not the losers over there in the cheap seats. Logan, this is a swimming pool. In other words, you haven't seen it. You look at Victoria, she always knows where he is. And I'm seeing you everywhere. You're so cute. And you never really saw her. Ohh. Haha, you're so cute. In other words, you're so cute. To design art, yeah. Ja, das war viel mehr beeinflusst als ein Dänzer. Bis zum nächsten Mal, Max. Dana. Wir sind mit Trevor. Komm und wir mit uns. Schau mal, Trevor. Schau mal, Trevor. Hör mal, Trevor. Hör mal, Trevor. Hör mal, Trevor. Wie ist der Ende der Welt? Drake! Das war die schlimmste Woche meiner Leben, also musste ich mich für heute Abend sagen. Ich verstehe dich. Ich verstehe dich, Dana. Aber ich will, wenn ich mich nicht sehen, wenn du ihn sehen kannst. Ich werde, wenn ich Spaß möchte. Ich fühle mich noch nicht für ihn. Er braucht Hilfe, aber nicht von seiner Familie. Ja. Was weiß ich von seinem Vater, Sean Preston? Er... Rich? Und Rich? Und ein dickhead, according zu Nathan. Preston kann nicht eine schöne Familie oder eine schöne Club kaufen kaufen. Ich denke, du bist bereit für eine Veränderung. Ich brauche keine Club zu sein. Ich brauche keine Club zu sein, oder ein Freund zu sein. Aber du hast dich. Plus, ich mag mit Trevor und seinen Skater-Frenzen. Es ist kein Drama. Das klingt wie ein Plan. Ich bin froh, Trevor ist mit dir heute Abend. Danke. Der Junge kann nicht tanzen, doch. Schau dir das. Ich bin froh, dass ich mich nicht interessiert habe. Ich bin froh, dass Trevor nicht interessiert, wie gut er in einer VIP-Sektion tanzt. du hast eine große Ehe. Ich bin froh, dass er das auch krass ist. Juliette ? Oh, wieso muss ich mit so vielen Leuten sprechen ? Das ist mega zeitintensiv einfach. gut sie muss doch nicht mit ihnen reden so ich bin jetzt einmal durch hier geht es weiter aha wen habe ich ihn da gefunden Aham, aham, da geht was. Na ja, gut, lassen wir die mal allein... Stuhl! So ein Schwachsinn... Uh-huh. Sorry, Max. Vortex Club members only. Sorry. I'm on the guest list. I'm taking you off. Geh auf dich selbst, Viktoria. Ich habe keine Zeit für diese Scheiße. Sehr schön, Max. Du bist immer noch so, dass ich mit deinem Bild nehmen? Hast du überhaupt keine Ahnung, was passiert bei Blackwell? Kate Marsh hat sich selbst in front of dich und ich. Jeder hier ist. Das ist nicht meine Schuld, Max. Du kannst mich gar nicht versuchen. Ich schlute Nathan für Dose und Kate, aber niemand an dieser Party interessiert. Es ist eine Party! Jeder ist verletzt. Was willst du von mir? Es ist eine Humanität, Viktoria. Ich bin die einzige Person hier, die interessiert, was Nathan geht. Ich bin nicht die einzige Problem-Schule bei Blackwell. Das ist größer als ein Problem-Schule. Ich bin nicht perfekt, okay? Ich bin ein Teenager in einer Art School. Ich bin nur hier, um einen Fotografer zu werden. Ich bin nicht bekannt. Ich bin nicht bekannt. Du bist ein Talent, Jefferson. Du bist ein Talent, Jefferson. Okay, wir wollen sie ja nicht verärgern. Du hast Talent, Viktoria. Du musst nicht die Menschen aus den Weg zu bringen. Du wirst nicht verstehen. Meine Eltern haben eine Galle. Ich weiß, wie dieses Kunst-Geme spielt. Es ist brutal. Nein, es ist Kunst. Du musst nicht ihren Weg zu spielen. Du hast mich gesehen. Ich habe den Juden des Kontext gesperrt. Ja, Herr Jefferson wahrscheinlich nicht wählen meine Fotos. Ich bin nicht als Talent, wie ich dachte. Ja, du bist. Aber wir müssen nicht wählen zwischen Talent und Kindheit. Ich hoffe. Es ist schwer zu glauben, aber ich mache nicht immer die besten選ungen. Du denkst, dass wir nicht Freunde sind? Vielleicht. Aber... Wer sagt, wir müssen wir als Freunde sein? Wer sagt, wir müssen wir als enemies sein? Wer macht diese Entscheidung? Wer macht diese Entscheidung? Das wäre uns, Viktoria. Ja... Die Dunkelkammer. Oh, soll ich sie warnen? Ja... getausch. Wiktoria! Ich bin genug von dieser Hochschule blöden. Wir sind adults jetzt. Also hör mal. Ihr Leben ist in wirklich sehr gefährdet. Ich weiß, dass du da mit Nathan bist, aber er ist tatsächlich nicht stabil, und gefährlich. Er hat die Katte mit dieser Karte in der Karte da können wir sie irgendwo hinbekommen. Die Dark. Oh mein Gott. Und ich bin die Drama Queen? Touché. Aber ich bin hier nicht meinundlich. Entschuldigung, aber nein. Keine Ahnung. Nathan ist ein meiner besten Freundin. Ja, er machte ernsthaft meds, aber das ist nicht seine Schuld. Seine Familie ihn als totaler Freak, nur weil er kleine Meldungen hat. Sie sind nicht so klein. Sie sind schuldig. Ich weiß nicht, ob Sie mich lieben oder nicht, aber Sie müssen mir glauben. Ich glaube nicht, was Sie sagen. Sie sind voll von Schein. Oh, hallo, ich bin Max Caulfield, und ich bin so sensitiv, die Butterflies machen mich schreien. Jetzt werden Sie hören? Nein, ich werde nicht. Du bist nur schuldig, weil du nicht eine Fotos in der Konkastung und der Herr Jefferson wird mich wählen. Ein realer Artein hätte mich verletzt, aber du willst einfach nehmen deine kleine Retro-Selfie. Das ist so schuldig und schuldig, Max. Geht einfach eine Community-Kollege. Victoria, bitte nicht so machen. Especially nach dem, was mit Kate passiert. Kannst du nicht sehen, dass ich ehrlich bin? Das ist dein Problem, Max. Das ist eine Party, und es ist der Ende der Welt. Also, ich werde mich so schuldig, dass auch du mir nicht mehr verletzt. Ich werde Nathan wissen, ob er endlich kommt. Adios. Au revoir. Baut man! Da wirst du ja! Dariupor! Chloé, Nathan ist nicht hier. Niemand hat ihn heute gesehen. Niemand hat ihn heute gesehen. Hörst du ihn heute? Okay, ich habe versucht. Er ist definitiv nicht upstairs oder in den Lockern. Verdammt! Vielleicht ist er in seinem Dorf. Dann gehen wir. Nathan kann nicht mehr schlafen. Also, du hast es geschafft, Max! Oh, uh, hey, Mr. Jefferson! Sie beide gut? Sie sehen, wie du bist auf eine ... Mission. Oh, uh, ich war nur ... für Nathan. Aha! Ich wusste nicht, dass du bei dir bist, aber ... Ich habe ihn nicht gesehen seit dieser Nacht. Er ist ziemlich verletzt. Ich denke, er ist noch ziemlich verletzt über ... ... die ganze ... Kate-Situation. Ja, das macht Sinn. Wir sprechen später, Max. Ich muss den Gewinner des Contest. Ich wünsche dir, dass du in den Gewinner hast. Du musst das Resumme und Portfolio aufbauen, aber ... ich weiß, dass du. Danke, ich hoffe. Okay, Entschuldigung. Ich bin fast auf. Geh raus, Max. Okay, okay. Everybody calm down. Thank you. Thank you. I appreciate it. Look, I don't want to get in the way of the party, but it's time to announce the winner of the Everyday Heroes Contest. Before I do, I want to thank everybody who entered their photograph, and everybody who thought about entering. Now, this is the most important step in being an artist. Sharing your work with the world. All of you represent Blackwell Academy, and everything our school stands for. As far as I'm concerned, you're all Everyday Heroes. The envelope, please. And the winner is ... Come on! Oh, my. What a shocker. Victoria Chase. Oh, my God! Thank you so much, Mr. Jefferson. It was your incredible photography that brought me to Blackwell, and I hope I can live up to your name and fame. I also want to thank all the students for being so dedicated in their pursuit. And I'd like to dedicate this prize to the memory of Kate Marsh. She was the real everyday hero of Blackwell. Thank you. You suck, Victoria! Victoria won. Big surprise. I can't believe she blackmailed Jefferson. No. Yes, I can. Who fucking cares? Rachel is still dead, and I want Nathan's punk ass now! Me too. Let's go check out the dormitories. Hm. Oh, Christ. Nathan just texted me. He says there won't be any evidence left after he's done. Shit. We have to go to the junkyard right now. Stop stomping around, Chloe. Right. Just get ready to use your rewind fast if Nathan tries to jump us. Mhm. I don't want to go that way. Mhm. Hehehe. Dann suchen wir mal nach diesen Spaten. You're gonna suffer, Nathan. I'm sorry, Rachel. Hey, where's the plan, Kevin? Oh, I hate this place. Oh, I hate this place. Max, you can stay close so we can be a team. Heh. What the hell? Es ist ziemlich düster. Wo ist sie denn jetzt? Ich habe sie aus den Augen verloren. Hallo, Chloe? Ratten. Da ist sie. Können wir den Mond nicht irgendwie fotografieren? Und die läuft hier sehr ruhig mit ihrer Waffe rum. Hier war es wohl nicht. Wir müssen doch hier war es. Rachel, ich bekomme dir die Revenge. Ich versuche. Chloe, komm hier. Schöne. Oh Gott, Max, schau. Sie ist noch da. Nicht schau, Chloe. Nein. Chloe. Schau. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Boi. What the hell? Mr. Jefferson? Was zum Henker geht da vor sich? Alter, ich raff's nicht. Es ist übertrieben. Leute, ich bin sprachlos. Deswegen lassen wir mal die Credits ablaufen. Ich bin sprachlos. 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 Untertitelung des ZDF, 2020